Hallo, mein Name ist Markus Morgen und ich bin der Autor von diesem Buch. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen langweilig, da es sich um Datenschutz dreht, ist es aber gar nicht. Es ist im Gegenteil sehr, sehr spannend, wie ich finde, wie man von vielen Lesern schon gehört habe. Jeder ist tatsächlich betroffen, jeder produziert Daten, die werden erntet, werden gesammelt, werden verknüpft, werden ausgewertet von Unternehmen. Es geschieht alles in den Deckmantel der Öffentlichkeit. Und wenn man mal wissen möchte, was da passiert, wie die Folgen sind, wie man sich dagegen schützen kann, dann sollte man mal hier vielleicht einen Blick reinwerfen in das Buch. Ja, dann hoffe ich, dass ich ein paar Leute erreicht habe. Viele Grüße, bis bald, tschüss.